Yo Leute, was geht ab? Euer Spädieburg wieder am Start hier mit einem neuen Video und heute sind wir in Bonn am Rheinauer, in der Rheinauer und ich hab natürlich auch Special Gäste hier am Start, Special, der Tim Gewitter im Kopf, ne Jan Gewitter im Kopf und Tim, vielen, vielen Dank, dass du auf jeden Fall zustande gekommen bist und Peter ist auch am Start hier, den Rheinauer nicht vergessen, Pommes, ja. Ja, wir drehen heute eine Runde Pantomime Challenge, ich dachte mir einfach, das wird wieder mal eine ganz andere Challenge, ja, das wird wieder mal eine ganz andere Challenge, Leute, ganz kurz, ich glaube, Jan hat jetzt ganz kurz noch am Anfang was zu sagen. Ich hab kein Tourette, ich bin unfreund. Nein, das hab ich jetzt nicht gemacht. Ja, also vielleicht hat der eine oder andere ja schon mal ein Video von mir gesehen, ich hab das Tourette-Syndrom und ich geh damit recht offen und humorvoll um und wenn wir über meine Tics lachen, dann ist das absolut kein Problem und ich hab auch in keinster Weise vor, irgendwas, ich sag ja nicht jetzt. Okay, so, die Bezahlung kommt dann später. Nein, Spaß, Leute. Also ihr zwei seid ein Team, Robin hinter der Kamera gibt immer einen Begriff jeweils denjenigen, der das Ganze pantomimisch darstellen muss, der eine sitzt natürlich jede Person und wir machen erst mal zwei Runden, falls das Video nicht zu lang sein sollte. Ich würde einfach mal sagen, wie schnucken wir anfangen? Jawohl. Schnick, schnuck, schnuck. Schnick, schnuck. Es ist klar, wer gewonnen hat. Es ist klar, wer gewonnen hat. Ihr seid raus. Ihr seid raus. Schnick, schnuck, schnuck. Äh, oh. Ja, alles gut. Pamm. Nein. Tatsen. Nein. Nein. Springen. Was? Riesen etwas aufheben. Nein. Wichser. Nein. Ich bin Manuel Neuer. Jetzt hätte ich das Naschermann. Hat das jetzt gesagt? Manuel Neuer. Nein. Das ist gut. Bombe. Pommes. Motorsäge. Baumfäller. Was? Perfekt. Bombe. Autofahren. Lkw fahren. Nein. Und du hast fahren, lenken. Man darf nur nicht reden. Also erst. Ja, ich weiß. Überfall. Hä? Ja, so. Lenken. Fick dich. Autofahren. Hey. Hey, was macht man denn sonst auch so? Drehen. Ich weiß nicht, was da von motorisch ist und was du absichst. Ja, das ist schwierig zu erkennen. Bist du bereit? Ich bin bereit. YouTuber. Ja. Boah, das ist aber schnelle Runden hier, Mann. Das ist die schnelle Runden. Also. Ich hab alle reißen. Ja, wie soll ich das doch anders darstellen? Ja, denk halt mal so ein bisschen so an deinen Arsch. Achso. Ja, gut. Aber ob er dann darauf kommt? Ja, bestimmt. Arsch. Okay, nein, das gehört nicht dazu. Pommes. LKW-Fahrer? Wir geben dir einen Tipp. Schnelle Autos. Rennfahrer? Ja. Ja. Bist du gut im Partium, Emil? Besser als ich. Keine Ahnung. Geht zu. Ja, das ist aber auch nicht mehr. Ich hab die ganze Zeit so. Wellen, surfen. Ich bin Pilot. Was? Alter, okay. Alter. Krass. Wichser. Pumsen. Ficken. Ah, Porno-Darsteller. Ja. Geil. Habt ihr Erfahrung, gell? Künfen, springen. Ninja. Karate. Nudo. Kampsporen. Hey. Hey. Fette Sch***. Baa. Super, ey. Hahahaha. Hahahaha. Nein. Tipps sind doch. Einsartiger. Jetzt zensier ich weg. Ja, okay. Und dann kann ich reinlassen. Ja, das tut ja, glaube ich, zu rassistisch. Ja, ja, ich lasse es mit *** zensier. Ich werde, da kommt ein Piepen halt. Okay, okay. Die Tipps ist geil. Ist mir egal, ich wollte was schwerer ist des Hasches. Das geht nicht. Doch, das geht natürlich. Doch. Das geht. Bombe. Stille post. Hey, Zirkus direkt. Hey, Arschloch. Moderator. Ich hab wieder gesprochen. Okay, ich hab's nicht gehört. Er hat's vorgesagt, aber es ist... Echt? Ich hab's nicht gehört. Hahahaha. Moderator, Moderator. Hey. Animator. Hm. Haus. Zelt. Zelt. Zirkus. Zirkus-Clown. Zirkus-Tier. Zirkus-Kommentator. Moderator. Zirkus-Moderator. Wie war das Wort nochmal genau? Heckler. Zirkus stimmt. Ne, ne, kurz auf Seite. Ja. Zirkus-Kassierer. Hahahaha. Hahahaha. Wo bin ich? Hier bist ein Zelt. An der Kasse. Hahahaha. Du schreibst was. Hahahaha. Du schreibst. Fliegende Haie. Hahahaha. Zirkus-Ähm. Zirkusführer. Hahahaha. 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 Zirkus-Hitler. Was ist Hitler? Hahahaha. Oh mir fällt's grad nicht ein, gell? Ich weiß, welches Wort du meinst. Hahahaha. Zirkusführer. Hahahaha. 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 Zirkus-Zirkus- Pummel. Okay, ähm. Okay. Ähm. Strithaar. Ja. Oha, da sitzt du einfach. Das war echt schwer. Hahahaha. Hahahaha. Wo bin ich? Schule. Du? Lehrer. Trainer. Hacker. Rektor. Helper. Diktator. Hahahaha. Diktator. Was ist mal in der Schule? Kein Diktator? Kein? Diktakteur. Hahahaha. 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 Bombe. Kein Diktator. Was ist mal in der Schule? Ja, Rektor. Darf man eigentlich Sachen rausholen? Nee. Schade, dass ich mal hier verantworten habe. Wichser. He. Dealer. Schmuggler. Handy, Dieb. Handyschmuggler. He. Bombe. He. Ticker, Handy. Schmuggler. He. Handeln. Fick dich. Schmuggler. Wollen Rose kaufen. Scheiße. He. He. Verkäufer. Illegaler Verkauf. Verkauf. Also zwei richtige Wörter hast du schon gesagt. Wechsel. Hosenhandy. Nein. Verkaufshandy. Handyverkauf. Handyabzocke. Nein. Handy Tourette. Was? Hast du das so gemacht? Wo muss es sein? Du Fleckchen. Hallo Hitler ruft an. He. 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 Rektor. Rektor. Das kann man doch nicht besser erklären, oder? Rektor. Ah schon gut, ja. Aber der schieb's halt nicht. Dem ist sein Wortschatz nicht so weit. Ich schieb's gar nicht. Rektor. Zirkus. Dir fehlen eigentlich nur noch zwei einzelne Buchstaben. Fehlen die eigentlich noch so. Vor Rektor oder nach Rektor? Rektor. Nach Zirkus. Nur noch ein Wort. Nach Zirkus und vor Rektor. Zirkus. Rektor. Was? Ey, dein Ernst? Also komm, noch drei Versuche, dann habt ihr es halt verloren. Weiter. Direktor. Ja? Hab ich das schon gesagt? Nein, hast du nicht. Ich hab schon Direktor gesagt. Nein! Nein, du hast... Ich hab doch schon Direktor gesagt. Nein, hast du nicht. Aber ich hab immer nicht das... Ich hab immer nicht das... Ich hab Rektor gesagt. Nein! Alles gesagt, aber kein Direktor. Okay, noch eine Runde. Ihr seid dran. Andy... Andy Verkäufer? Ja! 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 Das war ein Tick von mir. Versteckt dein Gesicht? Das stört. Ja, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen vom Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst den Daumen am Video nach oben da. Und ähm... Daumen nach unten, dann fick ich euch. Schaut bei Tim vorbei. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank, dass wir uns mal angucken. Und... Gerne doch, immer wieder gerne. Schaut bei Peter vorbei. Danke auch an Robin hinter der Kamera. Und danke auch an dich. Gerne. Und äh... Wir sehen uns wieder. Ciao. Ciao. Wichser.